Nur mit dem perfekten Wetterschutz bei Bekleidung kann ich ständig unabhängig vom Wetter draußen aktiv sein. Unsere Texapormaterialien bieten diesen Schutz, denn sie sind absolut und dauerhaft wasserdicht und winddicht sowie zugleich sehr atmungsaktiv. Um die verschiedensten Kundenanforderungen abzudecken, die von einfachen Spaziergängen und Wanderungen bis hin zu extremen Belastungen bei Expeditionen reichen, haben wir in den letzten Jahren zehn verschiedene Leistungslevel entwickelt, die sich hinsichtlich ihrer Wasserdichtigkeit und ihrer Atmungsaktivität unterscheiden. Zugleich kombinieren wir diese Leistungslevel mit den verschiedensten Oberstoffen, mal besonders leicht, mal besonders reißfest und abriebfest oder für den Alltag auch besonders geschmeidig. Bei vier unserer Leistungslevels arbeiten wir mit einer Beschichtungstechnologie, das heißt eine Beschichtung ist fest mit dem Oberstoff verbunden, die Beschichtung ist mikroporös und diese Poren in der Beschichtung sind groß genug, um Wasserdampfmoleküle von innen nach außen entweichen zu lassen. Die Poren sind aber zu klein, als dass Wassertropfen von außen nach innen in die Bekleidung gelangen können. Bei vier weiteren unserer Leistungslevels arbeiten wir mit porenlosen Membranen. Großer Vorteil dieser porenlosen Membranen sind die besonders hohen Wasserdrücke, die die Membranen aushalten können. Auch diese Membranen sind aber atmungsaktiv. Die Atmungsaktivität funktioniert hier auf physikalisch-chemischem Weg. Die Wasserdampfmoleküle werden durch die Membranen hindurch transportiert. Bei zwei weiteren Leistungslevels arbeiten wir mit einer Kombination aus Beschichtung und Membranen. Wir nennen das Hybridtechnologie. Bei dieser Hybridtechnologie gibt es Synergieeffekte. Wir können also hier noch bessere Kombinationen von Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität erreichen. Ein Beispiel dafür ist unsere Texapore O3 Highproof Technologie. Alle Informationen zu den technischen Eigenschaften unserer Texapore Level, wie Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität, finden Sie auf den Hangtex an der Bekleidung. Für jede spezielle Anforderung bieten unsere Texapore Level genau das Richtige. Aber egal welches Material man sich aussucht, es bietet garantierten Wetterschutz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017